Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 12 Sekunden, eine kleine Info, heute gibt es mal wieder ein sehr sehr großes Update und zwar um 10 Uhr sollen dann die Server down gehen, ich bin gespannt was wir heute so neues alles reinbekommen werden und Coral Castle soll dann heute nämlich zerstört werden. Let's go, wir haben heute neues Backbling, passend zum Fluff Skin für 400 V-Bucks, oh Surf Hex ist wieder zurück, ein sehr sehr beliebter Skin, viele von euch haben mich eh gefragt, wann kommt der wieder rein und der ist heute wieder drin. Was haben wir als Sonnenangebote, es war klar, dass die No-Skins wieder reinkommen und wenn ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen, danke für euren Support. Ansonsten ist hier unten alles gleich geblieben, schauen wir uns mal kurz die ganzen Dinge an, say so, chillig is the mode. Dann haben wir hier das neue Backbling, das ist cool, das ist wirklich cool und es reagiert auf das Gameplay, ok, also glücklich und wütend, kommt drauf an. Das interessiert mich aber jetzt schon was das macht, kann man das hier im Vorschaubild sehen, ich denke mal, ach hier sieht man es, doch 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 hier sieht man es, einmal so ein böser Look und einmal so ein netter Look, hat man gerade gesehen, es hat gerade eben gewechselt, wir warten ganz kurz. Komm schon, wechsel, ja genau, das ist das reaktive, ziemlich cooles Backbling muss ich sagen und übrigens, ich habe jetzt wieder TikTok, falls ihr Lust habt, folgt mir gerne auf TikTok, ich packe euch mal den Link in die Beschreibung, ich heiße da Ferios RL. So, wir haben hier Fluffy das zurück, das ist ein cooler Skin, der hat den gleichen Effekt hier, oder? Der hat doch gerade auch dasselbe gemacht, oder nicht? Ja, so minimal mit seinen Augenbrauen oder mit seinen Augen macht er da irgendwas, ja genau, doch doch doch, der hat genau denselben Effekt wie das Backbling, so, ja Backbling ist okay, finde ich aber das andere ein bisschen besser. Spitzhacke, Spitzhacke ist schon cool, für den Preis, sehr chillig. Was haben wir hier, Surfaxe, sehr, sehr heftiger Skin, hat zwei Stile, Standard und einmal so der Dämonen-Look oder Dämonen, ja, ist heftig, kann man machen. Passendes Backbling, genau dasselbe Spiel, hier haben wir hier zwei Stile, ne, haben wir nicht, ist aber dafür reaktiv. Das ist cool, bei Eliminierung fängt es hier an, so zu blinken. Was haben wir hier, Spitzhacke, ja, finde ich jetzt unspektakulär, komplex ist wieder zurück, der Skin war schon so oft im Shop da gewesen, krass. Schon ziemlich krass, was haben wir hier, passendes Backbling, gibt es auch in zwei Styles, sehr cool, sogar ein bisschen animiert und reaktiv ist das Ganze. Spitzhacke, die ist auch nicht schlecht, aber für den Preis gibt es deutlich bessere Spitzhacken. Was haben wir hier, passenden Gleiter dazu, für 500 lohnt sich das Ganze, zwei Stile, sieht zwar aus wie der No-Skin-Gleiter, aber cooler, cooler, cooler Gleiter, mit zwei Stilen für den Preis. Was haben wir hier, Lackierung ist chillig, die habe ich mir, glaube ich, sogar kostenlos erspielt. Was haben wir hier, du bist schon wieder zurück, war vor kurzem erst da gewesen, finde ich mittlerweile nichts Besonderes mehr. Spitzhacken, sehr cool, obwohl sie leider doppelhängig sind, das Beste ist sowieso der Gleiter. Allein schon wieder aufgeht und die Soundeffekte sehr, sehr nice. Was haben wir hier, einzeln kaufbar für 2K, 1, 2, 800 und 500 V-Bucks. Die Lackierung ist beim Bundle leider nicht dabei. So, was haben wir hier noch, täglicher Bereich, Funky Kommandos wieder zurück, hat zwei Stile. Der Skin ist irgendwie lustig, der hat was passendes Backbling, gibt es nur in Gold. Die ist auch wieder zurück, okay krass, der Skin ist nicht schlecht, aber schade kein Backbling. Was haben wir hier, Billy Bounce, chillig ist im Maut, ich schaue mal nebenbei nach, ob wir nicht was Seltenes haben. So, also wir haben heute eventuell was Seltenes, also Surf Hexe ist 40 Tage alt, dann haben wir, okay, Komplex ist nicht selten, das Bundle von Galaxy auch nicht selten. Wir haben heute, oha, 700, oh mein Gott, okay, okay, und zwar ganz genau diese Tarnung, Hexwelle, die ist einfach 755 Tage alt. Einfach fast 800 Tage, die ist krass. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Nice, chillige, heftige, seltene Lackierung. Und jetzt pass auf, die hier ist 739 Tage alt, also zwei ultra krass seltene Items haben wir wieder im Shop. Gefällt mir gut, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Was haben wir hier, nichts mehr, schauen wir uns kurz mal das Nosekin Paket an, zuletzt vor 34 Tagen da gewesen. Die Skins haben immer zwei Stile, einmal so Standard und einmal so einer anderen Farbe, so einmal hier und einmal so. Dann haben wir hier die letzte Dame, für 2000 finde ich ganz okay, vier Skins kann man machen. Das gleiche gilt hier auch für die hier, in zwei verschiedenen Styles, einmal hier so, so. Der Kollege hat auch einen Style, ich glaube Benny Boy, der hat keinen Zweitstil, nee, der ist, der bleibt bei einem Stil. Dann haben wir hier alles einzeln kaufbar, für 800 ist völlig in Ordnung und der Gleiter OG ist auch dabei, chilliger Gleiter. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Shop-Video. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Shop-Video.